Ich bin letztens gefragt worden, ob ich dem Lockdown auch was Positives abgewinnen kann. Sicher. Endlich stört es niemanden, wenn ich ohne Hosen arbeite. Hallo und herzlich willkommen bei Filmzeugs. Heute möchte ich euch ganz kurz was erzählen und zwar den Grund, warum es die letzten Tage kein Video gab. Eigentlich wäre ich ja schon am Freitag dran gewesen mit einem neuen Video. Und heute ist schon Montag. Ja und zwar ist der Grund folgendes Ding, das ist die alte 2,5 Zoll Festplatte von meinem Laptop. Der Laptop auf dem ich zu Hause schneide ist schon etwas älter und die Platte die ich euch gerade gezeigt habe auch. Und das Problem ist, diese Platte ist immer langsamer und langsamer geworden und seit ein paar Wochen irgendwie geht das überhaupt nicht mehr. Der Computer braucht zwischen 10 und 15 Minuten zum Hochfahren. Wenn ich Premiere starte, dauert das nochmal 15 Minuten oder so. Ich kann einfach nicht mehr arbeiten. Und deshalb habe ich die letzten Wochen überlegt, mir einen neuen Laptop zum Schneiden zu Hause zuzulegen. Das Problem ist nur, ich schneide nicht sehr viel zu Hause. Das meiste, was ich mache, ist eben die Show und da brauche ich jetzt nicht unbedingt was ganz Tolles. Denn alle beruflichen Dinge, die ich mache, die schneiden normalerweise andere Leute. Das heißt, ich brauche zu Hause nicht so ein super Schnittsystem. Mir reicht das, wenn ich ein bisschen rumtun kann. Und vor allem zum Beispiel die Dinge, die ich hier mache, wie jetzt die Show, das mache ich nicht in 4K. Somit, ja, für mich war die Notwendigkeit bisher nicht. Und jetzt habe ich halt rum überlegt, weil es einfach nicht mehr geht. Allerdings würde ich gerne diese 2.000 bis 4.000 Euro, die ein gescheiter Schnittlaptop kostet. Und warum ein Laptop und kein Kastl? Ja, das ist eine andere Diskussion. Aber diese 2.000 bis 4.000 Euro würde ich gern anders investieren. Am liebsten würde ich sie zum Leben nehmen. Denn aufgrund von Corona irgendwie ist das Business gerade nicht so gut. An zweiter Stelle wäre halt Equipment, das ich brauche für die Arbeit und was mir wieder Geld macht. Und alles, was ich mir hier zu Hause hinstelle und was ich nur privat verwende, das bringt mir kein Geld. Deswegen, ja, habe ich lang rum überlegt und habe das Ganze schon ewig aufgeschoben. Und jetzt die letzten zwei, drei Wochen ist es irgendwie immanent geworden, ich muss irgendetwas tun. Und naja, dann bin ich mal auf Amazon gegangen und habe gegoogelt und ich habe null Ahnung von dem, was es heutzutage da so an Computer am Markt hieb. Habe mich mal ein bisschen eingelesen, neueste Prozessoren, neueste Grafikkarten, alles Mögliche. Vergleiche zwischen den 10. Generationen i7 Prozessoren mit den AMD Ryzen 7 Systemen. Und was es da sonst noch so gibt? Die Lösung, zu der ich im Endeffekt gekommen bin, bzw. die Lösung, die ich mal versuchen wollte, die hat mich im Endeffekt unter 100 Euro gekostet. Ja, und zwar ist mir bei der ganzen Recherche eins bewusst geworden und zwar, dass mein mittlerweile fünf, sechs, vielleicht sogar schon sieben Jahre alter Laptop, ich weiß das nicht mehr so genau, damals ein ziemlich gutes Ding war. Ich habe mir damals einen GEMA Laptop gekauft, der hat mich über 2.000 Euro gekostet, der hatte ganz coole Specs. Ja, für die damalige Zeit war der wirklich was wert und konnte was, aber irgendwie ist immer schlechter und schlechter geworden. Ja, der Punkt, auf den ich gekommen bin, ist, dass ich mal einen Systemcheck gemacht habe und geschaut habe, was habe ich denn eigentlich drinnen und was funktioniert denn da und was funktioniert nicht. Und was ich drauf gekommen bin, ist, dass das Problem eigentlich die Festplatte ist. Ich habe da so eine 2,5 Zoll HDD drinnen gehabt mit einem Terabyte und die ist einfach immer langsamer und langsamer und langsamer geworden. Das kann zum einen daran liegen, dass sie komplett voll war. Also habe ich sie mal ein bisschen ausgeräumt und habe geschaut, dass ich auf um die 500 Gigabyte komme, die drauf sind. Das hat aber nichts geholfen. All die typischen Dinge wie defragmentieren, bla bla bla. Ja, natürlich, das hat ein bisschen was gebracht, aber die Platte hat ewig hochgefahren und alles hat einfach ewig gedauert. Und am Rahmen kann es nicht liegen. Ich habe einen guten Rahmen, ich habe eine gute Grafikkarte mit ordentlich Speicher drauf, der Prozessor ist ganz okay. Ja, es muss irgendwie an dieser Festplatte liegen, habe ich mir gedacht. Dann habe ich den Laptop mal aufgemacht und habe geschaut und die Festplatte, die ist extrem heiß geworden, auf der hätte man Spiegeleier grillen können. Dann habe ich mir gedacht, okay, heutzutage wird ein SSD verbaut. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, meine HDD auf eine SSD zu migrieren. Also sprich, das komplette Betriebssystem mit allem drum und dran einfach rüber zu spielen. Und da habe ich gegoogelt. Ich gebe euch da unten den Link rein und auch oben vielleicht, wenn ich das linken kann, zu dem Video, das ich mir da angeschaut habe und das für mich da die rettende Lösung gebracht hat. Mein Tipp, wenn ihr euch das anschauen wollt, geht es auf 1,25 fache Geschwindigkeit. Der Typ redet zwar sehr nett, aber sehr, sehr, sehr langsam. Ja, dann habe ich mir dieses Video angeschaut und dann habe ich mir gedacht, Wahnsinn, das ist es. Was ich jetzt also gemacht habe, ich habe mir eine Samsung Evo gekauft. In dem Fall eine 870 QVO. Das ist jetzt nicht unbedingt die mit den besten Ratings, aber das war noch vor dem Black Friday die, die warum auch immer gerade auf 50 Prozent gesetzt worden. Ich habe mir das jetzt mal. So schlecht kann es nicht sein. Die anderen, die doppelt so viel kosten oder mehr als doppelt so viel, haben jetzt auch nicht viel bessere Bewertungen und ja, ich teste die mal. Ich habe mir diese Festplatte in einer 1TB-Version geholt, weil ich mir gedacht habe, ich habe eine 1TB-Festplatte. Ich spüre sie einfach auf eine 1TB drüber. Ich brauche nicht unbedingt mehr Platz. Ich habe jetzt eh Platz gemacht. Die Hälfte ist circa frei. Ich habe mir die gekauft und habe mir wie empfohlen dazu ein SATA-Kabel gekauft. Angeblich gibt es da von Samsung so eine Migration-Software, mit der man das nur ansteckt und dann geht das alles von alleine. Pustekuchen, die Software hat nicht gemacht, was sie soll. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Also was tun? Ja, wieder zurück zu dem Video und in dem Video erklärt der Typ einfach, wie man das auch ohne so eine Migration-Tool machen kann, weil er nämlich vorstellt, was macht man, wenn man keine Samsung-Platte hat, sondern irgendeinen Nomen von irgendwo. Und das möchte ich euch ganz kurz erklären. Wenn es wirklich nachmachen wollt, dann schaut es euch das Video an. In dem Fall ist das für Windows 7. Gibt es natürlich auch für Windows 8 und für Windows 10 auf seinem Kanal. Dann schaut es euch das einfach an und ich muss sagen, es hat wirklich super funktioniert. Ganz kurz zur Handhabe. Also es funktioniert so. Es gibt in Windows ein Tool, wo man ein Backup vom System erstellen kann. Dafür braucht man eine externe Festplatte, die mindestens so viel Speicherplatz hat wie die C-Partition. Oder wenn man andere Partitionen auf derselben Festplatte hat, halt die noch dazu. Die steckt man über USB 3.0 an, klickt auf System Backup, das seht ihr in dem Video, und dann spielt sich das alles rüber in einen Ordner auf die externe Festplatte. Bei mir hat das etwa 6 Stunden gedauert bei, ich habe jetzt nachgeschaut, 700 Gigabyte. Ja, das hat recht lang gedauert, aber es hat funktioniert. Gleichzeitig muss man dann noch einen USB-Stick mit einem System-Recovery-Ding aufsetzen oder einer CD oder DVD. Das heißt so, dass man seinen Laptop oder seinen Computer dann nachher von diesem Speichermedium starten kann. Da haut Windows dann innerhalb von zwei Minuten ein paar Daten drauf und kann dann da das Betriebssystem hochfahren von da. Dann fährt man das Ganze runter, baut die Platte aus, baut die SSD ein, dann ist halt kein Betriebssystem drauf. Da muss man in BIOS umstellen oder die meisten Systeme schaffen das auch dann, von dem anderen Medium zu booten. In dem Fall, ich habe eine CD erstellt, mein Computer hat ganz normal vom CD-Laufwerk gebootet. Dann die externe Festplatte, wo das Backup drauf ist, das lässt man auch angesteckt, fährt das Ganze wieder hoch. Dann bootet der Laptop vom CD-Laufwerk bei mir und fragt, möchtest du eine Systemwiederherstellung machen? Hast du ein Backup von deinem System? Dann sage ich ja, das ist auf der Festplatte. Dann fragt er, möchtest du diese Dateien verwenden? Sag ich ja. Dann hat es nochmal circa sechs Stunden gedauert, dass er alles wieder reingespielt hat auf die SSD. Ja, und nach circa zwölf Stunden hatte ich ein komplett gespiegeltes System mit allen Daten, allen Fotos, die noch drauf waren, allen Programmen, allem. Inklusive Windows-Registrierung und einfach alles. Es war gespiegelt. Genau dasselbe, wie vorher auf der Festplatte war, ist jetzt auf meiner SSD. Und das Ergebnis des Ganzen? Mein alter Schnitt-Laptop bootet innerhalb von zehn Sekunden. Und zwar so weit, dass ich dann arbeiten kann. Premiere ist in fünf Sekunden da. Runterfahren dauert zehn Sekunden. Das ganze Ding braucht viel weniger Strom. Das heißt, auf meinem alten Akku, der höchstens 40 Minuten noch mit der Festplatte gehalten hat, wenn ich ihn abgesteckt habe, habe ich jetzt vier Stunden Akkuleistung. Und das Problem, das ich hatte, dass zum Beispiel beim Schneiden auch ein All-I-Codec in 1080p gehackt hat wie Sau in ein Achtel Qualität. Oder ein Viertel? Das Problem ist weg. Ich kann flüssig einfach durchscrollen. Es spielt es einfach ab. Es lag nicht an der Grafik. Es lag nicht an irgendwelchen anderen Problemen. Vielleicht lag es daran, dass durch die Festplatte alles überhitzt ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber mit der SSD, mit den viel schnelleren Zugriffszeiten auf das Material, es ist ein Wahnsinn, ja? Es ist, als hätte ich einen neuen Computer. Ja, warum erzähle ich euch diese Geschichte? Erstens, als kleine Entschuldigung, warum das Video erst heute kommt. Zweitens, ja, weil ich damit ein Video machen kann. Drittens, weil ich hoffe, dass ich damit jemandem von euch helfen kann. Jemandem, der jetzt nicht unbedingt einen Schnitt-Laptop haben muss, sondern irgendeinen Computer, einen alten, der nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren soll und der sich vielleicht noch zurückerinnert, dass der vor zwei, drei, vier Jahren noch ganz okay war. Wenn du eine HDD noch eingebaut hast, vielleicht ist genau das das Problem. Probier das doch mal. Ich habe diese Samsung Evo um, glaube ich, 60 oder 70 Euro gekauft, diese 1TB-Version, und habe damit meinen alten Computer wieder um Jahre zurück versetzt, beziehungsweise nach vorn versetzt. Ich werde mir trotzdem irgendwann einen gescheiten Schnitt-Laptop kaufen müssen, wenn ich irgendwann in die Verlegenheit komme, dass ich 4K zu Hause schneiden will. Aber bis jetzt war das nicht notwendig. Und warum soll ich das Geld gerade in der jetzigen Situation raushauen, wo es nicht nötig ist? Das ist das Ding. Von daher gibt es auch noch bessere Versionen, andere Versionen. Kann ich euch nicht sagen, wie die sind, aber die funktioniert super. Wenn man das irgendwie geben könnte, zwei Daumen nach oben von mir. Das war wirklich eine der leibendsten Investitionen meines Lebens. Ich hoffe, dass es jetzt lange so hält. Kann ich jedem wirklich nur empfehlen. Das war's für heute mit Filmzeugs. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Zuschauen, für alle Kommentare, Likes und eure Abos. Und ich würde mich freuen, wenn ihr jemanden kennt. Vielleicht zum Beispiel eure Eltern oder sonst irgendwen, der ein Problem hat mit einem alten Laptop und ihr ihnen diesen Tipp weitergebt. Holt euch, wenn ihr noch nicht habt, eine SSD und migriert das System auf eine SSD. Das bringt es wirklich. Tschüss und Baba. Bis am Freitag.